Viele von euch haben, obwohl heute der 29. Juli ist, ihr Upgrade auf Windows 10 noch nicht bekommen. Um es aber trotzdem jetzt schon herunterladen zu können, gibt es einen kleinen Trick, der zugegebenermaßen nicht bei jedem, aber doch bei recht vielen Nutzern funktionieren wird. Du klickst nun auf deine Systemfestplatte, gehst in den Ordner Windows, Software Distribution, Download und löscht den Inhalt des Ordners. Nun suchen wir nach cmd, der Windows-Eingabeaufforderung, führen dieses Programm aus und geben dort wuauclt.exe.updatenow ein. Bestätigst du das Ganze mit Enter, musst du einige Momente abwarten und daraufhin erscheint unten in der Taskleiste ein Update-Fenster und Windows 10 wird heruntergeladen. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen und nun ist die Windows 10-Installation wie gewohnt möglich. Welchen Näheres erfährst du unter tutorials.tutorialcenter.tv